Hallo! Was hast du letzte Woche gemacht? Wohin bist du gefahren? Ich bin in die Stadt gefahren. Ich bin in einen Elektronikladen gegangen und ich habe mir dort ein neues Computerspiel gekauft. Und danach bin ich nach Hause gefahren und ich habe in meinem Zimmer Computer gespielt. Das ganze Wochenende, das war super. Ich bin nirgendwo hingegangen. Ich bin nicht nach draußen gegangen. Ich habe nur in meinem Zimmer Computer gespielt. Und okay, ich bin in die Küche gegangen, um mir etwas zu essen zu machen. Aber das ist alles. Das war meine Woche. Und deine erzähle es mir. Tschüss!